hallo ihr lieben ja ich dachte ich mache noch mal so einen kleinen normalen float ja wie gesagt wir waren heute ganz ganz schnell nur das nötigste einkaufen so kleine sachen und sind heute auch ein bisschen spät aufgestanden wie gesagt und dann sind wir auch einkaufen ganz schnell hier bei uns in der nähe nur das nötigste und nachher zum mittag oder später gibt es einen leckeren salat dazu und ja aber sonst geht es uns soweit ganz gut und ich kann es kaum erwarten jetzt die tage mein paket endlich zu erhalten und ja jetzt habe ich den fahnen verloren ja und das heißt aber nicht gleich dass ich dann anfangen wieder zu surfen sondern ich muss ja eh erst mal das einrichten das dauert auch paar minuten und ja aber das wird ja spätestens die tage noch erfahren und ja ich war eben noch eine kurz auf dem ich hoffe euch geht es einem soweit ganz gut und ich hoffe ja meine zuschauer geht es soweit auch gut und was macht ihr denn eigentlich noch so schönes schreibt doch mal in die kommis das wird mich halt und ja und wie ist denn das wetter bei euch so schreibt es auch in die kommis rein das ist in der respekt muss ja und ja was mache ich heute noch so sonst eigentlich gar nichts abstehen wie sonst eigentlich jeden tag außer dass ich mal kurz ganz schnell Mühe raus bin oder sowas aber sonst eigentlich nichts großartiges und wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet dann hinterlass doch einen daumen nach oben ich würde mich freuen also bis zum nächsten mal ciao ciao